Ja, grüß Sie, herzlich willkommen, Sonntag ist Safe Game Tag. Willkommen also zu einem Safe Game, ihr könnt es schon vermuten, aus der Schweiz und zwar mit dem FC Luzern. Der Dale hat mir einen Spielstand geschickt von einer Liga, wo er selbst einfach gemeint hat, er wollte mal so einen klassischen Mittelfeldklub haben in einer nicht so großen Liga und hat deswegen den FC Luzern übernommen, um eben die Dominanz von, er hat geschrieben Basel und von den Young Boys Bern zu durchbrechen. Jetzt schauen wir gleich mal, überraschenderweise hat er es geschafft in der ersten Saison Meister zu werden. Ich zeige euch nur noch ganz kurz, oder ich wollte nur noch kurz mit euch reinschauen, zwecks der Dominanz. Also man sieht hier die Young Boys, 2017 bis 2020 Meister, dann auch nochmal hier Meister und der FC Basel, sehen wir, hat hier vor allem die Liga dominiert, auch wenn die jetzt irgendwie immer mehr am Schwächeln sind. Gut, also das ist sein erstes Jahr. Ich lese jetzt mal kurz vor, was er geschrieben hat. Also er findet den Klub einfach spannend, weil er nicht überaltert ist, aber auch nicht gespickt mit Talenten. Klassischer Mittelfeldklub und eben mal nicht in einer großen Liga. Ziel war es, die Dominanz von Basel und den Young Boys langfristig zu brechen und regelmäßig mit den beiden um die Meisterschaft zu spielen. Überraschenderweise ist er gleich im ersten Jahr Meister geworden. Das Ansehen des Vereins und der Liga ist massiv gesteigert. Direkte Champions League, weil er mehr Euro-League-Plätze für die Liga. Mit Ausnahmen von einem Jahr wurde er immer Meister, obwohl die ersten Jahre massiv weniger im Transfergehaltsbudget vorhanden war. Ja, gerade im ersten Jahr ist es ja vor allem wegen der Corona-Krise auch so, dass da relativ wenig Geld im Umlauf ist oder auf jeden Fall deutlich weniger als es sonst wäre. Champions League und Euro-League-Nette-Erfolge, aber leider ohne den großen Wurf. In Zukunft würde er gerne realistischere Transfers machen oder sicher eine zusätzliche Challenge zu machen, zum Beispiel nur Schweizer Spieler oder nur U23 Spieler oder ähnliches. Aus meiner Sicht ist der FM nach gewissen erfolgreichen Jahren zu einfach. Ja, glaube ich ehrlich gesagt auch. Also deswegen, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man mit der Challenge wirklich weiter unten beginnt, also ebenso wie wir mit 1860 in der dritten Liga oder so. Weil da hast du, natürlich kann auch passieren, dass du da den Durchmarsch schaffst, aber da hast du halt quasi erstmal wirklich dann eine neue Herausforderung in der nächsten Liga und hast dann noch immer Luft nach oben. Deswegen überlegte er auf jeden Fall nach der Saison zurückzutreten und sich eine neue Herausforderung zu suchen oder gar einen neuen Safe zu starten. Kurios, Kevin Nisbet gewann in der Super League den goldenen Schuh Europas und hat in seinen besten Jahren getroffen am Laufmeter, obwohl sein Marktwert immer ziemlich bescheiden war. Kader ist aktuell noch etwas groß wegen der Saisonvorbereitung. Taktik 1 war zu Beginn meine Standard-Taktik. Als mein Team besser wurde, habe ich dann nach und nach von Gegenpressing Taktik 2 auf Ballbesitz geändert und spiele das teilweise auch in der Champions League gegen die Großen, auch wenn nicht sehr erfolgreich. Okay, cool. Dann schauen wir einfach mal auf die Liga. Was natürlich, also erstmal unfassbar knapp, schaut euch mal hier die ersten 5 an. So, das habe ich glaube ich noch nie gesehen. Die ersten 5 innerhalb von 4 Punkten, das ist schon mal sensationell spannend. Wenn du in einer Liga spielst, wo du ja die Großen ärgern willst mit einem Klub, der durchaus Ambitionen hat, dann bist du halt immer auch auf das Schwächeln der Großen angewiesen. Wir sehen hier Young Boys 2 Punkte hinter ihm 66 und FC Basel nur 64 Punkte. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass da eine Mannschaft wirklich durchmarschiert ist. Deswegen ist er eben mit Glück schon im ersten Jahr Meister geworden. Interessant finde ich, dass der FC Wutz abgestiegen ist, aber sich trotzdem für die Conference League qualifiziert hat als Absteiger, nämlich deutlicher Absteiger sogar, wahrscheinlich eben, weil sie den Pokal gewonnen haben. Das Jahr darauf wurde er dann nicht Meister, das ist eben genau das, was ich gesagt habe. 86 Punkte, das heißt die Young Boys haben plötzlich 20 Punkte mehr gemacht als im ersten Jahr. Also das ist schon ein krasser Wert, ein krasser Unterschied. FC Basel 68, er hat sich ein bisschen gesteigert, aber bei weitem nicht so wie die Young Boys. Und dann lief es aber ganz gut bei ihm. Das müsste das eine Jahr ihm gewesen sein, wo er nicht Meister wurde. Dann sehen wir 80 Punkte, auch das ist jetzt nicht so, dass es unrealistisch durchmarschiert ist. 85 Punkte, da sieht man, dass er sich immer wieder steigert. Und die Entwicklung insgesamt auf jeden Fall nach oben zeigt. 82 Punkte, 117 Tore, das ist natürlich heftig. 87 Punkte je 100 Tore, und das ist die aktuelle Saison. Was man in der Schweiz halt sagen muss, ist, man spielt viermal gegen die gleichen Gegner. Das wird mit der Zeit vielleicht ein bisschen mühsam oder langweilig, könnte ich mir vorstellen. So, fangen wir jetzt mal an. International war er im ersten Jahr nicht dabei. Da ist er an den Young Boys in der dritten Runde im Schweizer Pokal gescheitert. Dann sehen wir hier, Partisan Belgrad, internationale Quali. Viktoria Pilsen, da ist er gescheitert. Und dann ging es in der Euroleague weiter. Da hat er Legia Vascho eliminiert. Und ging damit in die Gruppe gegen Alkmaar, Tottenham und Gladbach. Jo, gegen Alkmaar hat er es geschafft zu gewinnen. Tottenham und Gladbach natürlich brutal. 0 zu 5 und 0 zu 4. Im Rückspiel konnte er Gladbach aber niederringen. 3 zu 2 Sieg. Dann ein 3 zu 0 gegen Alkmaar. Und zum Schluss auch noch ein Sieg gegen Tottenham. Also da hat er sich ordentlich gefestigt und kam tatsächlich weiter. Da war dann gegen Leipzig Schluss. Das Jahr darauf sehen wir wieder Quali der Champions League. Soja Luhansk rausgeworfen. Sporting Lissabon mit einem Gesamtscore von 6 zu 0 eliminiert. Und die Glasgow Rangers eliminiert. Und daher ging es dann mal in die Champions League. Und das bringt natürlich richtig Geld. Eindhoven, Tottenham und Zenit. Das heißt auch eine Gruppe, wo man sich Punkte ausrechnen darf. Vor allem gegen Eindhoven und Zenit. Sehen wir auch, dass er da ordentlich Siege eingefahren hat. Also da hat es mindestens für die Euroleague gereicht, oder? Na, sogar Champions League. Da war dann gegen Real Schluss. Gesamtscore 0 zu 6. Dafür hat er sich den Pokal gegen St. Gallen geholt. So. Dann. Das ist genau das, was er gemeint hat. Dass eben die 5-Jahres-Wertung auch nach oben ging. Weil dann hat er schon den Fixplatz in der Champions League. Gegen Sporting Lissabon, Napoli und Real. Sehr interessante und attraktive Gruppe, finde ich. Gegen Sporting gewonnen. Beide Spiele. Gegen Napoli zumindest ein X geholt. Damit ging es in der Euroleague weiter. Via Real rausgeworfen. Und dann hat Chelsea gescheitert. Aber auch schon richtig stark. So, dann sind wir hier. Gruppe Champions League, Atletico, Gladbach und Juve. Wow. Gleich mal 3 Niederlagen. Dann Juve besiegt. Dann Atletico besiegt. Und dann Gladbach besiegt. Das finde ich auch interessant. Dass er in den ersten 3 Spielen so eine drüber kriegt. Und das sehe ich dann eigentlich recht an denen. Da war dann gegen Arsenal in der ersten Ausscheidungsrunde Schluss. Dann sind wir hier. Champions League gegen die Belgier Royal Antwerpen. Dann sehen wir Bayern München und Manchester City. Tee. Parking Man City ein 4 zu 5. Da ging es in der Euroleague weiter. Ging Paroxaloniki locker mit 8 zu 0. Gesamtscore weitergekommen. Und dann überraschend fast ein bisschen an Alkma gescheitert. Dafür hat er sich wieder den Pokal geholt. Und in dem Jahr sehen wir noch keine Auslosung. Okay. Schauen wir mal auf die Transfers. Ich kann mal schnell was trinken. Gut. Was hat er im ersten Jahr? Anthony Usher hat er sich geliehen. Das finde ich schon mal lustig. Liam Byrd hat irgendeinen Ablösefreien geholt. Schaut er. Jetzt 4 Millionen im Markt wird. Kann nicht so schlecht sein. Ben Hatira hat er sich geholt. Und der Rest ist mittlerweile jetzt anscheinend gar nicht mehr im Spiel. Für den hat er einiges an Money bekommen. 725.000. Also wir sehen gerade im ersten Jahr natürlich noch irrsinnig wenig passiert. Im zweiten Jahr hat er dann schon 10 Millionen ausgegeben. Das war der erste Meistertitel. Und da hat er diesen Kevin Nisbet verpflichtet. Der sagt mir eigentlich gar nichts. Bei den Hips. Generell in Schottland unterwegs. 165 Einsätze. 108 Tore. Wirklich eigentlich keine überragenden Werte. Aber der wird sich in diesem Jahr, müsste das gewesen sein, den Goldenen Schuh geholt haben. Das ist schon unfassbar. 39 Tore. 9 Assists. Sensationell. Dann. Yannick. Yannick Machrand. Ein Schweizer. Sehr cool. Dass er sich da einen Schweizer von Aston Villa geholt hat. Da Stefan Zuber geholt. Das heißt, der hat schon auch mit Schweizern versucht. Die kenne ich. Also auch wieder einen Schweizer. Aber da hat er sich dann auch Talente von der Konkurrenz geholt. Da wieder Itter. Den könnte man auch kennen. Welcher Luis Reyes ist das? Ist das? Warte mal. Den kenne ich doch irgendwoher. Irgendwo habe ich den mal gescoutet, glaube ich. Ja. Weiß nicht mehr genau. Nils Teixeira. Dann sehen wir Gökken Güll, Stefan Bell, Christoph Cobart. Also einige bekannte Namen, die man wirklich gut kennen könnte. Viel auch wieder von der Konkurrenz. Gerade bei den Grasopas hat er unfassbar geplündert, kann man fast sagen. Gewildert. Dann sehen wir hier einen Schweizer Linksverteidiger, den er an Newcastle verkauft hat. Bei dem Birki, Marco Birki ist das Bruder. Gut möglich. Schauen Sie sich ein bisschen ähnlich, finde ich. Also hier sehen wir Christian Schwegler, der hat noch immer gespielt zu dem Zeitpunkt. Ich wusste gar nicht, dass der noch aktiv ist. Auf jeden Fall sehen wir hier leichtes Transfer minus, aber trotzdem nicht tragisch. Dann sind wir in dem Jahr, wo es ein bisschen weniger unterwegs war. Cedric Ceziga. Sehr, sehr solide Werte. Mittlerweile bei Leeds. Dann hat er hier einige geholt. Junge Mazedonier. Esmir Somm vom FC Will. Karim Abt. Die sind mittlerweile alle wieder weg. Der ist noch bei ihm. Geliehen momentan. Slowenischer Keeper. Interessant. Luigi Gaspar. Hat es aber auch nicht so wirklich gepackt. Vier Walcott geliehen vom Start Rennen. Das ist auch eine interessante Entwicklung. Also hier eben dieses weniger Jahr jetzt Thema, dass er wieder ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hat. Samuel Ballett. Ein Schweizer vom HSV. Lotomba. Wieder ein Schweizer. Also er hat eigentlich relativ viele Schweizer verpflichtet, muss man sagen. Den Siedler. Hat er sich wieder zurückgeholt. Von Inter Miami. Dann sehen wir Brian Oco. Amerikaner von Salzburg. Mittlerweile bei Stuttgart. Kennt man da noch wen? Von Nahen her kommen mir schon einige bekannt vor. Luca Frey. Gut. Und wen hat er da verkauft? Ugrinic. Philipp Ugrinic. Schweizer für 5 Millionen abgegeben. Also da sehen wir schon, dass da ein bisschen mehr im Umlauf war. Und jetzt kommt eigentlich ein heftiges Jahr mit 81 Millionen Ausgaben. Aber auch keine, also die Summen gut aufgeteilt, sagen wir so. Kieran Hamilton. Ein junger Schotte. Fast ganz gut zu seinem Schotten, der eh so gut spielt im Moment. Dann haben wir hier wieder einen jungen Schweizer. Sehr interessantes Talent. Super Abschlusswert. Super Schnelligkeit. Den würde ich eigentlich wahrscheinlich echt zum Stürmer umtrainieren. Oder ist er eigentlich eh. Ich finde für den Flügel, sein Flanken wäre das nicht sonderlich gut. Er ist nicht der perfekte Dribbler. Ich finde ihn eigentlich im Zentrum deutlich stärker. Wenn man sich das so anschaut, Stoßstürmerrolle. Perfekt bei ihm. Dann Gonzalo Cardoso. Kennen wir natürlich vom Malaga Let's Play im letzten Jahr. Entwickelt sich scheinbar auch in diesem Jahr ganz gut. Ich weiß nicht, ob er ein fixes Potenzial hat oder ein flexibles. Damsga, der Däne. Madweke, den könnte man auch kennen. Auch sehr gute Werte noch immer bei ihm. Dann sehen wir Kingsley Sapa. Da bin ich mal sehr gespannt. Wow. Der entwickelt sich richtig, richtig gut. Also der ging anscheinend zu Heidenheim. 4,8 Millionen in die zweite Bundesliga. 23 Tore. Alter Schwede. Wir haben ihn am Flügel. Aber der macht sich als Stürmer sensationell. Sollten wir vielleicht bei 1860 bedenken. Ja. Junger Däne, Alans Storm, New Gen. Da kommen jetzt halt schon echt viele New Gens natürlich. Klar, man ist schon im Jahr 2025. Aber super interessante Talente. 105. Da hat er ein Samuel Ballett verkauft. Und die ja eh. Wow. Also da sind sehr, sehr gute Summen dabei. Interessanterweise 1, 2, 3 Summen in der Winterpause. Gerade die Winterpause ist immer wieder dann ja schwierig, um ihn zu ersetzen. Da hat er eh nur eigentlich mehr oder weniger drei Transfers getätigt. Deutlich günstigere auf jeden Fall. Jetzt sind wir in dem Jahr. Da sehen wir Transfer Plus bei ihm. Rhys Devine. Solider englischer Spieler. Nia Kossi. Ein Schweizer von Marze Milan. Und noch einer von Marze Milan. Da kauft er sich ganz gute Schweizer aus dem Ausland immer wieder. Da bin ich schon gespannt, ehrlich gesagt, wie viele Schweizer er jetzt wirklich im Kader hat. Kingsley Saabert hat er ihn dann an Werder verkauft. Gül war auch lang bei ihm. Und das ist jetzt das letzte Jahr. Wir sehen Marimilas. Mal wieder ein super Talent aus Kroatien. Aus der Dinamo-Sagreb-Schmiede. Sensationell. Da einen guten Rumäner. Wahnsinn. Rumänen. Wahnsinn. Schaut euch die Werte an. Sensationell. Aber da kommen jetzt schon richtig gute Talente. Super Schweizer Talent hier von Inter. Also eh cool, dass er sich da so viele zusammenkauft. Und auch einen Schweizer Weg geht. Also wie gesagt, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich hätte es mir ehrlich gesagt noch krasser vorgestellt. Aber ich finde, dass er schon einen ganz guten Schweizer Anteil hat. Wir sehen da drei Deutsche noch. Das mit einem Chinesen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Den er aus Südkorea geholt hat. Zwei Dänen. Kein Afrikaner. Kein Südamerikaner. Das ist mal etwas ganz anderes, muss man ganz ehrlich sagen. Finde ich aber ganz cool. Vom Alter her sehen wir, dass er eigentlich viele Megatalente hat, die sehr sehr jung sind. Aber mit der Klasse muss man ganz ehrlich sagen, die brauchst du nicht verleihen. Die kannst du in der Schweizer Liga wahrscheinlich gut spielen lassen. Gerade auch gegen die Schwächeren. Weil die halt einfach jetzt, die sind jetzt schon auf einem so geilen Niveau. Und international, ja, vielleicht hast du dann eh ein paar erfahrenere, die sie halt dann führen können. Also das sieht schon sehr sehr gut aus. Marktwerte. Siehmer sind nicht übertrieben hoch. Also das habe ich jetzt echt schon schlimmer gesehen. Es ist für die Schweizer Liga schon saftig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte ich mir jetzt sogar noch krasser vorgestellt. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran eben, dass noch kein ganz großer internationaler Erfolg bei ihm dabei war. Schaut es mit den Einrichtungen aus. Also dafür, dass du so viel Geld haben müsstest, 115 Millionen, hast du hier echt wenig gemacht. Oder das Niveau war am Anfang so schlecht, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also Nachwuchsrekrutierung muss man unbedingt hochdrehen. Trainingseinrichtung 5 von 10. Also da ist extrem viel Luft nach oben. Da solltest du unbedingt dran sein. Und regelmäßig danach fragen, dass sich da was tut. Kann man nämlich nicht vorstellen, dass mit dem Geld und mit wahrscheinlich der Zufriedenheit, Zufriedenheit, die du hast beim Vorstand, da arbeitest du eh schon dran. Sehr, sehr gut. Gut so. Weil wie gesagt, da musst du auf jeden Fall Gas geben, aber das passt dann eh. Und ja, nicht so schlecht. Jetzt wollte ich nochmal kurz in die Mitarbeiter schauen, ob es da irgendwelche bekannten Namen gibt. So, Gonzalo Sarate könnte man kennen. Der war dann zum Schluss beim FC... Na, war der nicht mal... Boah, der war so viel unterwegs. Ich kenne ihn auf jeden Fall aus der Salzburger Zeit, also aus der österreichischen Bundesliga noch. Ich dachte sogar, dass der beim FC Luzern war, aber der war anscheinend bei jedem anderen Klub nur nicht dort. Sonst sehe ich da jetzt mal keine großen Namen. Olaf Marschall Scout. Gut, das ist natürlich geil. Was hat denn der für eine Frisur? Der Klassiker. Schön. Paulinho. Okay, das ist ein anderer Paulinho. Ja, cool. Dann fangen wir mal auf deine Taktik selbst. Da sehen wir eben erste und zweite Taktik, also das ist ein bisschen... Das ist quasi dann ein bisschen aggressiver gespielt. Wobei, da sehen wir die beiden Außenverteidiger auf Support und Verteidigen. Hier sehen wir einen auf Flügel und einen auf Außenverteidiger. Also, hier sehen wir Pass in die Tiefe und extrem hohes Tempo. Das heißt, da würde ich vermuten, du versuchst hoch den Ball zu gewinnen und dann schnell abzuschließen. Hier spielst du über die Flügel, hinterlaufen, Flanken früh schlagen, sehr vertikal. Also, ich finde, das sind jetzt nicht zwei komplett konträre Strategien. Was ich hier interessant finde, ist, dass er einen vorgeschobenen Spielmacher und einen zentralen Mittelfeldspieler hat. Hier spielt er mit zwei Spielmacherrollen. Kann gut funktionieren. Kader, weil du geschrieben hast, dass er so groß ist, finde ich jetzt gar nicht so extrem. Schau mal im Tor. Noam Baumann, Schweizer, eigentlich Ersatzkeeper. Nehmen wir an, du hast nicht aufgestellt. Also bitte nochmal der Hinweis, wenn ich mir Safe Games schicke, dann stellt eure stärkste Mannschaft auf. Sonst ist es richtig schwierig, dann kann ich nur die Spieler nacheinander durchgehen. Ist natürlich in der Vorbereitung immer ein bisschen blöd, aber vielleicht könnt ihr euch die Mühe machen fürs Einschicken selbst. Da sehen wir einen Rechtsverteidiger, der nicht sonderlich offensiv stark ist. Also, den kannst du auf Support mitschicken, damit er vielleicht in der Anspielstation ist zusätzlich. Aber wird nicht viel bewegen können in der Offensive, da ist der schon deutlich stärker. Deswegen macht es auch Sinn, dass der Flügelverteidiger spielt. Dann ein perfekter Ball spielender Verteidiger. Gute Technik, gutes Passspiel, gute Übersicht. Niacosi ist dann eher ein klassischer Verteidiger. Dann sehen wir einen Kunkuling. So, dann haben wir diesen Rumänen. 18 Passen und 18 Übersicht ist sensationell. Der muss unbedingt eine Spielmacherrolle haben. Das passt auf jeden Fall. Ich bin nur gespannt, ob du dann wirklich zwei Spielmacher nebeneinander brauchst. Gut, der ist halt auch ein klassischer Spielmacher. Also kann ich schon verstehen, dass du die beiden spielen lassen willst. Kevin Nisbet. Sensationell auf jeden Fall. Ich finde es cool, dass der so trifft. Ich weiß nicht, wie er international getroffen hat. Farid Robert. Unfassbar schnell auf jeden Fall. Wahnsinn. Also ist das eh einer, den du da vorne spielen lässt. Perfekter Stoßstürmer. Cool. Ersatzkeeper oder eigentlichen Keeper wahrscheinlich haben wir uns angeschaut. Siedler. Das ist der, den du zurückgeholt hast. Er ist beidbeinig. Wird also wahrscheinlich auf beiden Außenverteidigerpositionen spielen können. Das ist natürlich auch gut als Backup. Dann haben wir Ries Devine. Das heißt, du hast auch auf der linken Seite einen spielstarken Ersatz oder zumindest. Ja, gut, ich habe jetzt vor allem auf seinen Flankenwert geschaut. Er kann super flanken. Dafür muss er aber nicht sonderlich offensiv stark sein. Dann haben wir Yannick Machand. Auch wieder so eher ein Spielmachertyp. Simon Schaum, das ist eher. Der ist zumindest defensiv richtig stark. Mental gut, körperlich gut. Den kann man da vielleicht auch ganz gut spielen lassen, wenn man gegen einen stärkeren Klub spielt. Dann sehen wir Mikkel Damsgaard. Solider Spieler für den Flügel. Nicht der schnellste leider. Marvin Schulz. Das wäre so einer, wo ich nicht so wirklich wüsste, was ich mit dem mache. Weil es für die Innenverteidigung wäre ja fast ein bisschen zu langsam. Und hat auch eine relativ schlechte Sprunghöhe. Technisch ist er eigentlich zu schwach. Schwierig. Wäre auf jeden Fall einer, den ich wahrscheinlich abgeben würde. Dann haben wir hier diesen Chinesen. Guter Antritt. Ja, super Talent auf jeden Fall. Gonzalo Cardoso haben wir eh schon kurz gesehen. Der wäre bei mir wahrscheinlich links in der Innenverteidigung gesetzt. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie du aufstellst. Ramon Guzzo, ein Schweizer Backup. Bin ich in Ordnung. Vincent Bösen, ein Deutscher. Kann man glaube ich abgeben. Kieran Hamilton, das ist dieser junge Schotter, den du dir geholt hast. Das heißt auch, du hast super Ersatzstürmer. Muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn es da mal nicht so läuft und du bringst diesen Chinesen und du bringst Hamilton, dann ist das schon eine ziemlich coole Geschichte. Dann ist noch Anthony Elanga. Wow. 19 Antritt. Sehr heftig. Also links nach innen ziehend. Super Treble, ein guter Weitschüsse. Hat dann glaube ich was. Alan Storm. Kann man glaube ich verleihen. Julio Mesa. Könnte durchaus auch spielen, glaube ich. Und dann haben wir noch den hier. Mega Talent aus Kroatien. Also wie gesagt, schade, dass du nicht aufgestellt hast, weil dann tue ich mir ein bisschen schwer beim Herz sagen. Aber okay. Alter Schwede, wie viele Teams hat man da? Schauen wir mal bei den Leihspielern rein. Da hast du auf jeden Fall vier sehr, sehr gute Spieler verliehen. Dem bist du anscheinend nicht losgeworden und bei denen wird wahrscheinlich nichts Aufregendes entstehen. Dann hast du hier noch, also das ist eh der. U18 kommen ein paar ganz gute nach. Dann hast du hier scheinbar irgendeinen Kooperationsklub. Und eine U18-2, das ist quasi von dem Kooperationsklub die zweite Mannschaft. Finde ich ein bisschen heftig, ehrlich gesagt, wie viel man da hat. Um da einen Überblick zu bewahren, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Aber es ist ein schöner Safe, muss ich sagen. Also wie gesagt, was mir sehr gut gefällt ist, dass du nicht wie viele andere auf starke Südamerikaner gesetzt hast, sondern du hast auch sehr, sehr viele Schweizer verpflichtet, gut gescoutet und ja, kann mir wie gesagt vorstellen, dass der Safe dir auf jeden Fall gut Spaß gemacht hat. Jetzt mit der Zeit wäre mir die Liga wahrscheinlich dann zu monoton mit nur 10 Gegnern. Deswegen kann ich auch verstehen, dass du meinst, dass du dir jetzt mal eine neue Herausforderung suchst. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Safe. Danke an dich fürs Einschicken. Und ja, danke natürlich auch an alle Supporter und alle Leute auf Patreon. und ja, ich kann mich nur bei euch danken fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und ich gehe jetzt 1860 aufnehmen. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Ciao.